Hi, ich bin's wieder. Und zwar habe ich einen neuen tollen BC Hack of the Week. Der besteht darin, Easy-Griffe aufzuziehen. Die meisten Leute von euch kennen ja die Probleme, diese kleinen Griffe auf die wunderschönen Carbon-Lenker zu ziehen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich mir hier den Griff genommen und habe einfach vier Kabelbinder eingezogen und hinten einfach zusammen gemacht, damit die Position der Kabelbinder da ist, wo sie ist. Und dann kann man das auch schon aufschieben. Die Kabelbinder sind dafür da, dass der Griff einfacher auf den Carbon-Lenker rutschen kann. Man hat etwas mehr Luft dazwischen und die Reibung hat sich auch vermindert. Jetzt ziehen wir die Kabelbinder noch einmal in die richtige Position. Die verrutschen immer sehr gerne. So, und das war's auch schon. Ab jetzt könnt ihr den Griff ganz leicht ohne irgendwelche Lösemittel oder sonstigen Probleme auf euren Carbon-Lenker schieben. So, und schon sitzt euer Griff. Das, was ihr jetzt noch zu tun habt, ist ganz einfach. Ihr schneidet die Kabelbinder hier vorne ab und könnt ihr dann mit einem Handgriff einfach locker drunter rausziehen. Und voila. Das war die Montage eines Easy-Griffs. Ganz ohne Lösungsmittel und ohne Probleme.